Aufgeschaut, der König spricht in Chivalry 2 und mit dabei natürlich ein Mann, der immer ein wenig Kot am Schild hat. Ich hab Blaubeeren geflückt den ganzen Sommer über. Ja, braune, braune Blaubeeren. Jetzt bin ich 17 und darf endlich Ritter werden. Du, ich bin schon mit 8 Ritter geworden, ja? Na ho. Du bist ja schon Senior. Nach deiner ersten Ehe. Nach meiner ersten Scheidung. Da hab ich schon zwei Enkel. Man nannte mich den Hasen. Was mit denen denn? Keine Ahnung. Ich krieg Team Schaden, okay? Hör, die brechen einfach so zusammen. Ich bin schon einer von den Blauen, oder? Ja, wir sind Blau angeblich. Ne, eben gerade. Ich hab nur meine eigenen Leute getötet. Jetzt hab ich mal jemanden. You like the party, hat einer gesagt. Haha, you like the party. Oh, er hat drüber geschlagen, ey. Oh. Ey, dieser Hater, den hatten wir gestern schon dauernd. Ich weiß es nicht, vielleicht spielen. Machen wir auch nichts anderes, als dieses Spiel spielen. Aber das verstehe ich jetzt trotzdem nicht, warum der sich selbst gekillt hat, der Ritter. Also, äh, in der letzten Folge. Keine Chance. Was weiß ich, was du da getrieben hast? Soll ich bis jetzt noch nicht rausgefunden? Das Füllhorn der Leidenschaft. Unten am Strand. Die Schlacht der Mittelalter-Normandie. Keine Ahnung, Kreis hat eben den Druck als König nicht ausgehalten. Ich meine, er hat direkt Lord Pippin abgelöst. Ja gut, aber schon nervig. Spielt sich hoch auf den ersten Platz, Alter, weißt du. Und dann irgendwie machen die da, meutern die da rum, oder was? Wo das Ding steht. Wo seid ihr? Seid ihr alle am Bocksprung? Ich bin ja am Bock. In welchem Team bist du eigentlich wieder? Äh, ich bin blau. Achso, okay, dann bin ich auch nicht. Ich bin gerade jemanden wiederbelebt. Ich bin hier direkt am Rambock. Aber ich schiebe jetzt wieder. Der hat too many. Ja, ja, leider. Aber jetzt müssen die beide Böckchen durchhaben, oder nur einer? Nur einer muss durch. Der eine Bock muss, glaube ich, nur in Position. Boah. Hätte es einen Bogenschützen. Hau den mal weg. Nicht so Bogenschwatsch. Mach doch noch einen Schwatsch. Nee. Keiner macht hier den Bock. Keiner. Strats. No. Was die Strats sind, lass sie einfach durchlatschen. Nein, nein. Hier bei uns. B wieder. Nice. Ja, die sind ja mit dem Bock jetzt gleich schon am Tor. Die latschen so durch. Ja, ich habe den einen hier noch verteidigt. Den hätten wir gleich einfach eine Einladung geben können und das Tor aufmachen. Hatten die doch. Heute meet's im Schloss. Komm schon, Kumpel. No. No. Ich verblute. Hat jemand sanitäre Güter? Aber ich schlag dir nochmal die Eier. Da gebe ich dir nochmal. Mich kriegst du nicht. Kampflos. Ich habe mich noch in seinen Sackschutz reingebissen. Ich habe ihm eine Maulsperre verpasst. Eine Maulsperre? Okay, da habe ich zwei erledigt. Ich muss mal so einen Katapult bedienen. Glaubst du, das macht Spaß? Ja gut, aber das ist ja nicht frei. Ja, du bringst einfach den Typen um, der dran ist, dann ist das frei. Ja, toll. Geile Strategie. Und dann machen das alle. Ja, geil. Dann machen das alle und töten sich dann gegenseitig nur noch am Katapult. Ja, das ist Schwering. So, ja, ja. Ah, die gute alte Treten-Schlechen-Treten-Taktik. Treten-Schlechen-Treten. Boah, 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 boah. Da fliegt aber schon wieder einiges. Das Freudenhorn ist beinahe bereits. ich schmeiß mit stein hast du davon du dumme sau noch misst es ein schlechter kampf geschlechterkampf geschlechterkampf der stein hat getroffen gibt's nicht keine ausdauer mehr hier raus da von hinten lotz mörre bock hat mich von hinten erwischt aber wir halten den rambock das ding steht was er das gibt es nicht braucht aber ritter support sind manpower wir können zusammen und mann der mandor und mandor mandor nicht mehr durch hier ist voll das ein kleiner schlachtbube achtung männer achtung was ist denn warum haut in den niemanden wenigstens ablenkend ist recht ein bisschen nerven bock wie geht man bock gibt man bock das war knapper du mandalorian er hält aber hier mit seinem schild er hält aber hier mit seinem schild der schild nahe von der seite hat gesagt ich weiß nicht wo sind der steine karren noch steine werfen also kommen wir versuchen hier von der seite sich irgendwie durch zu tingeln ja ich meine wir oben am wagen bleiben jetzt noch zweieinhalb minuten da haben wir das ding gewonnen vielleicht hier werden fässer geworfen alter ob sie kommen hier noch hoch weiß ich nicht wenn sie denn das erhöht ist fast einfach so verschwunden woher der eine läuft einfach durch eine rote er hat versucht er hat es versucht er hat es versucht aber er hat die schläge bekommen get up boy 158 okay jetzt kommen die jetzt kommen die hölzer die brennenden ok wieder läuft ein ritter alleine rum naja ha idiot haben die den immer noch nicht oder was habe ich die banner fallen er hat er mich gerammt alter noch wir haben die reichweite du dass irgendjemand irgendwie bash aanat das spritz nee leider nicht oder barat keine âse banane bannanana nennen nenni lachs simon habe ich eher lazt wo die actor ich mache die tröte Sehr gut getrötet. War eine gute Tröte. Ich glaube, damit sind die Ritter wieder erfreut. Ich bleib hier am Karren. Ich bleib hier am Karren. Eine Tröte bleibt ungeblasen heute. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kommen sie aber hier mit Brand. Ja, aber Brand macht denen doch auch Schaden, oder nicht? Also... Es macht denen auch Schaden. Ey, ich brenne, ist mir scheißegal. Ey, der eine drängt uns hier nach hinten. Ja. Egal, wir sind noch dran. Wir sind noch dran. 5, 6, 0 im Moment am Wagen. Wir sind noch mit 6, 0 am Wagen. Das ist gut. Nicht vom Wagen weglocken lassen auch mit zu vielen. Noch sind wir dran. Ja. Wilde Keilerei. Wilde Keilerei. Drei. Haben sie noch zwei. Nein. Oh, ich bin noch mal unnötig gestorben. Schade. Was? 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 Ey, was? Das gibt's nicht. Alter. Leck mich ab, bitte. So ein Dreck. So ein Dreck. Wir hatten ja... Wir hatten ja hier nichts mehr. Jetzt ist keiner mehr am Wagen. Alle tot. Ja, mich hat der eine auch weggeholt. Das Tollhaus verteidigen. Kann ich das Huhn töten? Ja, guck mal, hier kann man, hier kann man ein Ding runterwerfen. Stöcke und Zweigatz. Und Stöcke und Zweigatz. Guck mal hier. Hier kann man sich noch einen Stein holen. Stein auf die, auf die Schweine werfen. Ja, zack, ihr Schweine. Wir sind schon im Tor, oder was? Ja. Oh Gott. Ja gut, das ist auch easy. Der Step ist echt easy. Schon oben. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Geh, mein Freund. Boah, was? Ah, geht zurück, geht zurück. Schau mal an den einen nicht ran. Ey, die überrennen uns. Das sind doch doppelt so viele Spiele, oder? Ich weiß es nicht. Ah, puh. Ah, ich habe lange Stand gehalten, ey. Aber das war ja zu viel. Flammen, Flammen, Flammen. Ey, das war's. Da komme ich nicht weg. Nee, nee. Alter. Okay, jetzt Morten runter zum... Alter, haben die uns überrannt. Schön am Dorfplatz weiten jetzt hier. Da ist nämlich schon einer wieder... Naja, klar. Wir müssen jetzt hier... den Prinzessin Brunnen... Wo Prinzessin Porello sich immer die Waden wäscht. Der Lustbrunnen von Prinzessin Porello. Sie hatte eine merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig intensive Beziehung zu ihrem Pferd. Sie nannte ihn Libizana. Wenn du hier die ganze Zeit stehst, kriegst du die ganze Zeit Punkte. Ja. Du kriegst auch in zehn Punkte rein. Ja, und alle anderen denken, siehst du, nö, ich mach keine Punkte. Alter. Dead Ninja. Da ist er dead. Boah, ich hab'n Kolben freigeschaltet. Ja, ja. Das glaube ich hier sofort. Der kleiner Bückling. Ey, die sind am Platz. Ey. Das für ein Schreit einer. Ja, richtig Spaß. Oh, fuck. Okay, Mist. Wir fliegen fester, alles fliegt hier rum. Nein, von hinten. Oh, Gott. Da wurde ich von hinten Geräuber-Leads. Da wurde mein Banana-Bag berührt. Wie wechselt man auf Zweitwaffe? Wahrscheinlich auf zwei drücken, ne? Auf zwei, du hast ja mehrere Sachen. Ja, ja. Auf zwei, auf drei. Also schön durchwechseln. Äh, lass mal hier im Zentrum. Ich bin im Zentrum. Und bald. Gleich steht das auch wieder bereits. Vielleicht steht das. Du siehst aus, als würdest du getrötet werden wollen. Oh, zwar ein Übler. Ja. Prinz Apollos. Alter, wie die uns hier gerade wieder überrennen. Leute. Oh, hinter uns. Nee. Nee. Nee, Alter. Nee, Mann. Aber noch sind genug Leute da anscheinend. Rein, rein. Alle rein. Ja, jetzt geil. Ja, jetzt wird wieder rumerobert. Ja, jetzt wird wieder rumerobert. Nice. Hast du einen Banner? Nee, der wurde schon wieder niedergeprügelt gerade. Boah, was? Alter, okay. Bin unterwegs, bin unterwegs. Gott, Glaubio. Glaubio? Hier da hinten, da fummelt doch schon einer wieder wild. Der italienische meistglaubende Glaubio. Niemand glaubt es so intensiv wie er. Okay, jetzt gerade läuft es gut. Oh, wow, 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 wow. Alter, was trifft mich hier schon wieder so wild? Ey. Boah. Ey. Unge Bogenschütze jagt mich hier ein, bolzt nach dem anderen rein. Ja, ich wurde auch gebolzt, aber weil ich versucht habe, eine Kiste zu werfen. Ich habe so oft versucht, sie zu werfen. Geil ist, du kannst hier immer wieder Vorräte holen, damit auch immer wieder eine Bandage, ne? Eine Bandage, ja. Wir müssen da hinten zu diesen vier, fünf Bogenschützen. Scheiße, die fetzten nämlich rein. Müsste ich da hinstellen, wo sie dich nicht sehen. Ja, das ist schwierig. Weil die kommen nicht hoch auf den Platz. Ja, eben, das ist ja das Gute. Hier fliegen Fässer. Boah, 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 what? Bleib oben auf dem Platz, du. Mal schön verteidigen hier an den Bannern. Puh. Also im Moment halten wir. Wir haben letztes Mal auch hier so ein... Ich bin einfach durchmove gemacht. Boah, habe ich ihm, Alter, ich habe ihm richtig das Knie zertrümmert. Ich habe ein Sound freigeschalten. Nee, aber er hat das Bein verloren. Hier kann ich wieder nicht zuhauen, weil hier wieder so viele von unseren Homies am Start sind. Ja, ich verliere so ein bisschen die Übersicht hier. I lost my arm. I lost my arm. Wow. Hat mich da schon wieder so... Achtung, von der Seite. Er wollte ihn wiederbeleben, aber er hatte keinen Arm mehr. Siehst du doch im Rücken, Mann. Achtung, der Typ brennt. Oh, was ist das völlig... Oh, der hat seit lange hier Spaß gehabt. Achtung, einer ist hier wieder im Zentrum. Die kommt von der Seite. Ja, ja. Sie haben es versucht, hier durchzubrechen, die Penner. Alter, what? Ich brenne, ich brenne. Was gibt es nicht? Tritt! Ich habe den niedergetreten. Ich habe den niedergetreten. Heilung. Ja, ich habe auch mal einen totgetreten. Oh Gott, oh Gott. Okay, warte, ich stelle da hinten noch einen Banner hin. Jetzt kommen sie, Alter, jetzt kommen sie. Oh. Mann, Taubler, du. Komm schon. Es läuft gut, es läuft gut, die epische Musik. No. 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 Was ist passiert? Okay. Ich habe bei der gestorben. Da kam es an alle. Ich habe gerade einen Duell, aber der hat sich sehr hart. Der Rückgezoggerlied. Boah, es sind zu viele. GG. Was, ich habe doch gerade eine Mullbinde in meinen Mull gemacht. Neue Vorräte. Mehr Mull. Jetzt, dein Schild ist broken. Stecht ihn. Weiß. Einfach vom Dorfplatz vertreiben. So hat man das damals gemacht. Einfach vom Dorfplatz vertreiben. Leute, von unserem Dorfplatz hier, Fremden. Ja, ja, genau. Wir können Typen wie euch hier in der Gegend nicht besonders gut leiden. Ja, Typen wie euch können wir hier nicht besonders gut leiden. Aber Freddy, er macht doch niemanden was. Komm schon, ein Minute noch. One Minute. Sie wollen von da hinten durchbrechen. Sie wollen von da hinten durchbrechen. Wir können Typen, die andere Typen nicht besonders gut leiden können. Nicht besonders gut leiden. Holt euch den Banner Saft. Genießt es. Männer, genießt es. Oh, Alter, jetzt die Stimme mal richtig vor, Junge. Jetzt gilt es, lange überleben, lange halten. Ja, Lachs, Alter. Da kriegt er, da kriegt er einen Tritt. Ja. Dreckiger Bogenschütze. Was willst du hier vorne? Macht er einen auf Libero? Geht nach vorne jetzt, oder was? Prinz Libero. Du, du. Deiner lächerlichen Axt. Glaubst du, könntest gegen meinen Hammer antreten? Ja, auf die Fresse. Du auch. Möchte gern. Ach so, da ist noch einer, ja. Ja, richtig geil, Alter. Das war eine geile Schlacht. Alter. Wow, wow, wow. Da hat man aber ganz schön reingeschwitzt. 32 zu 7. Die Defenders. Ach so. Defender of the Earth, Earth, Earth. Ja, das Spiel macht ultra Bock. Ja, macht's auch. Freue mich schon. Das Spiel macht ultra Bock. Freue mich schon, wenn es aus der Beta ist. Ja, ich bin gierig nach mehr. Ich hoffe, die haben einen Klasseneditor drin. Ja, ich weiß es nicht, was kommt. Was meinst du, behalten wir die ganzen Sachen hier, die wir uns freispielen? Ich habe irgendwie Einhorn-Hengst. Was habe ich da bekommen? Ja, das glaube ich ja sofort. Der Einhoden-Hengst. Der Einhorn-Hengst, Alter. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung reindrücken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. Dingeligen. Hallo, meinst du, 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 meinst du.